Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weitet ihr zum Test. Hallo? Ja, was denn? Ja, was denn? Wer denn besser ist? Ist ja klar. Ja, ich, ne? Das wussten wir alle. Naja, ja, ha, ha, ha. Gibt's dir schon zu, dass ich der Bessere bin? Du Bitch! Ach, du kleines Pummelchen. Naja, wo, 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 was? Kräutig war davon. Am Arsch. Nur weil ich rund bin. Sie hat ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Na, okay, dann. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Fressfest, hm? Oh nein, nicht das Ding! Ja, wir haben Portal 2 schon mal auf der Playstation gespielt, ich glaub bis hier hin und dann nicht weiter, ne? Oh nein! Oh, ich weiß, wie das läuft. Ich mag dich, ich mag dich! Nein, ich will! Na gut, ich steuer dich. Dann sag an, wo lang. Warte mal. Ich muss mich erst mal. Nein, das stimmt so. Geh erst mal durch. So lassen. Geh weiter. Opsi. Null. Du lebst ja. Oh, geh doch mal durch! Was ist das Problem? Alter, was brauchst du so ewig? Mein Gott! Du kannst doch einfach durchgehen! Ja siehste! Meine Güte! Ne, geh ruhig. Ja, das hast du gut gemacht. So, jetzt musst du wieder rum. Genau. Gehst du hoch? Na, ja. Geh! Du musst auf das Ding drauf. Hä? So, jetzt nimmst du erst mal das Teil da. So. Jetzt nimmst du in die Hand. Nimmst du in die Hand. Geh da rein. Runter. So, jetzt gehst du da weiter. So, wo du gekommen bist. Dann gehst du durch. So, dann gehst du jetzt einfach ein Portal oben. Kannst du zumindest erst mal die Würfel durchreichen. Und dich selber. Was machst du? Ja, über dir, oder? Kommst da ran? Nein! Links! Da! Ja! Genau! Und jetzt erstellst du dir ein rotes. Oh, ist wieder runterfallen! Entschuldigung, konnte ich nicht wissen. Am besten du legst es ganz sanft da rein. Dann wird das nicht normal passiert. Okay. So, und du? Mach ich das so. Und dann so. Und dann gehst du nämlich da drauf. Geh doch mal da drauf, Mensch! Oh mein Gott! Schulter kackelt. Ah, Mann ey! Wenn die Batterie leer ist, ist das kacke. So. Jetzt geh mal da drauf. Was tust du? Was tust du? Ja! Da! Das hat's gebracht. Weiter gehen, weiter gehen. Okay. Jetzt gehst du durch. Einfach runterspringen. Genau! Wiii! Das nehm ich dir nicht ab. Gib mal hoch. Warte! So! Kannst einfach durchgehen. Na ja! Gib mir! Gib mir! So! Zeig ich dir erstmal, wie man das macht hier. Panner! Das war mein Job! So! Achso! Halt mal! Geh mal rein! Wo ist das Ding hin? Wo? Hä? Ach du bist so ein Trottel! Ja! Und wie komm ich jetzt hier durch? Ich! Danke schön! Ich hab schon mal gesagt, dass ich dich mega hasse. Hab ich dir schon... Hab ich dir schon mal erklärt? Ja! Wie denn? Na hier träum du Spasti! Hier! Über dir! Hallo! Guck da mal! Hallo! Hilfe! Hilfe! Lass mich jetzt hier raus! Warte, ich sag dir welche Portalfarbe noch von dir hier ist! Die blaue! Achso warte mal! Hellblau! Hellblau! Stimmt ich hätt mich auch selbst für frei! Hellblau! Ups! Ah! So ein Bullshit! Das ist wiederum! Das können nur wir! Hey! Hey! Oh Gott! Warte! Den Sprung schaff ich! Ohhhh! Vergackt! Ähm... Achso! Ohhhh! 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 Was ist das? Oh fuck! Was ist das? Ah! Juhu! Ohhhh! 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 So! Es scheint nur so als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten! Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein! Ich seh schon das wird anstrengend! Kommst du jetzt mal hier rein? Du hast zum Beispiel eben zwei Chancen Hinweispunkte eingebüßt! Wer hat Punkte eingebüßt? Ich glaub du ne? Ja! Ja das dachte ich mir! Oh wie geil ey! Du bist so ein Arsch! Aber wenn du immer gegen Dings läufst! Du bist Atlas! Und ich bin ein Peepot! Ja! Ich bin halt ein Atlas! Das merkt man ja! Das weiß man einfach! So stramm und schmächtig! Moment was! So stramm und schmächtig! Du setzt! Lass mich in Ruhe! Ah! Okay hier kann auch wieder trinken, erschlagen werden und würfeln! Gewürfelt! Wirklich gewürfelt! Warte ich hol uns einen runter! Achso! Vielleicht da gibt es extra Würfel! Ich bin mein Würfel! Würfel! Meine ist Asche! Ah! Hol den neuen! Oh mein Gott! Das Spiel wird ewig dauern! Okay! Wir müssen hier glaub ich irgendwie rum! Au! Nicht auf mir! Au! Nein! Ich bin nicht selber rum! Du musst da hin! Warte! Ah! So! Genau! Ich muss da rüber! Und jetzt? Da musst du... Da! Das Ding fährt nach unten! Das kann nicht stimmen! Ah warte mal! Ich hab ne Idee! Warte warte warte! Ich hab auch nicht! Nein! Nein! Du machst alles richtig! Achso! Genau! Mach nur weiter! Ich beobachte das Wasser! Sieht so herrlich! Upsala! So ehrlich frisch und einladend aus! Los! Mach! 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 Ich hab nicht ewig Zeit! Aua! Heiß! Bring mich nach oben! Bring mich nach oben! Das wird nischt! Ja! Ähm! Alter! Warte mal! Hä? Wie soll das gehen? Geht euch! Geht euch! Geht euch! Das funktioniert nicht! Du musst dein... Du musst dein Portal umsetzen! Ah! Heiß! Kalt! Scheiße! Hä? Ja! Du musst dein Portal dann höher setzen! Hä? Doch! Nee! Warte mal! Nee! Ich hab keine Ahnung! Guck! Setz dein Portal nochmal so wie du gerade gesetzt hast! Da ne! Ja! So! Ja! Und dann... Deins dahinten das hellblaue! Ja! Das krieg ich hin! Und du? 3, 2, 1! Äh... Okay! Erstaunlich! Haha! Super Trick! Zeig mir den mal bei Gelegenheit! Haha! Okay! Und dann... Hä? Und dann... Warum kommt jetzt nicht die andere durch? Ich... Weiß es nicht! Warte mal! Jetzt! Das schaff ich nicht! Genau! Das schaff ich nicht! Das schaff ich nicht! Nein! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Ja! Achso! Jetzt verstehe ich das auch! Hey! Das geht ja ganz weit hoch! Oh! Ich fliege! Hey! 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 Was tust du? Achso! Das schaff ich! Juhu! Wir sind gut! Also ich zumindest! Sooo! Pass auf! Ganz simpel! Trottel! Den brauchen wir noch! Warum? Ja! Weil wir den noch brauchen! Ah! Setz mir ein... Portal! Ja! 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 Ich muss erst mal den Block! Och ja! Ja! Und dann tust du das drauf! Was ist das Problem alter?! Was ist denn da denn so schwer zu verstehen?! Beilung! Mh! Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten nicht völlig zu versagen. Hm, schneller. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Der nächste Test ist eigentlich anders. Ich kann, ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Wir sind außerhalb der Matrix. So sieht das also aus. Wow. Nein, das ist hässlich aus. Ja, was willst du denn? Ach, Bitch. Weißt du, du kannst überhaupt nicht testen. Genau das Richtige. Guck mal hier. Was ich da alles entdeckt habe. Insert this. Wo ist die CD? Was ist denn die CD? Ah, da ist sie. Da, guck. Ja, dann... Wir müssen, glaube ich, irgendwie den Hebel drücken. Countdown. Hä? Hä? Ach, egal. Okay, ich drück. Ach, Sepp, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ach, du musst gleichzeitig drücken. Da ist ein Hebel und da ist ein Hebel. Ach, was? Ja, den müssen wir gleichzeitig drücken. Okay, in... Genau. Mit was? Jetzt! Juhu! Ich geh, ich geh. Fuck. Okay, wir müssen am Brutal setzen, nochmal. Ja, Zeitcode, bitte. Ja, Zeitcode. Oder C selber, oder so. Okay. 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 Äh. Hab' ich! Jo, nu. Ach so. Äh. Upsi. Guck's dir an! Meine! Meine! Juhu! Da! Oh! Ich geh da! Ach dann lang! Ey! Wopp, 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 wopp! Witsch, witsch, witsch! Juhu! Das können wir am besten! Wer das weiß noch? Wenn ihr die Teststrecken verlassen, kann ich euch wohl durchgewaltsam mit der Montage zurückkohlen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetzen. Oh! Glücklicherweise spürt ihr keinen Schotter. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Das ist so traurig. Au! Das ist übrigens für einen Mangel. Au! Mein Auge! Wir können doch keinen Schmerz verspüren, Junge. Du, wir können doch keinen Schmerz verspüren. Wir können nur da aufrufen. Ich verspüre genug Schmerzen. Schluss jetzt. Was, wenn das so bleibt? Teamaufbau geschafft. Juhu! So, ähm, ja wohin denn? Boah, ich hab 1184 Punkte! Guck's dir an! Boah, wo bin ich hin? Hä? Hä? Oh! Ah, ich hab 1731 Punkte, bitch! Ja, ne, Schritte. Fast. Hurra! Fast gut! Nein! Hui! Okay, lass weitermachen. Wie ich dir mal die ganze Zeit auf den Hintern starren muss. Kann man nicht mal tauschen. Mann! Ach, ne. Ist ja nicht mal einer dran! Sorry! Den haben sie leider gespart. Die haben sie an einiges gespart, mein Jung! Halt die Fresse! Das krieg ich hin! Woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen sollen. Ja, dann mach mal auf hier. Ui! Und nu? Jetzt spring runter! Springen wir weiter! Okay! Hui! Das war ja cool! Okay, ich geh weiter. Ah, es geht nur zu zweit. Wie lange werde ich? So, dann geh mal durch. Schneller. Ach du Spast! Geh mal durch. Schneller. Ach du Spast! Na los, geh! Ach du Spast! Ach du Spast! Na los, geh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!